Musik Hilde ist an Ihren verdammten Aids wegen krepiert! Martin ist an Krebs gestorben. Spar mir bitte das Tundengeschwätz, ja? Martin heißt Martin und nicht Hilde, okay? Der etwas andere Roadmovie über Liebe, Freundschaft und Aids. Halt! Auf! Ich hab keine Lust, Hilde nachher vom Boden aufzusaugen. Mit Carlos Leal, 2 Euro das Stück, Michael Finger, Heidi Maria Glössner und Oliver Stokowski. Wart ins Ohr oder Stoß? Es ist Hildes Reise. Diese Fahrt ist spätestens an der Grenze zu Ende. Überlassen wir es Hilde. Hildes Reise. Unser Schweizer Film der Woche. Am Donnerstag, 5 nach 8 auf S1. Willkommen zu Hause. Musik